Themenfokus Weiße Runde Flüchtlinge in der Kommune Handlungsperspektiven und Problemsituationen Es äußert sich der Bürgermeister der Gemeinde Wenigsen, Christoph Meinecke. In den zurückliegenden drei, eher zwei Jahren kam dann eine schlagartig steigende Flüchtlingswelle insbesondere ausgelöst durch die Konfliktsituationen Syrien, Afghanistan und das sind dann Zuwanderungs- und auch Aufnahmeprozesse, die die Kommune selber nicht mehr steuern kann. Also wir bekommen dann Zuweisungen beispielsweise Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aus Braunschweig Das sind Themen, da können sich die Bürger auch schwerlich häufig eine Vorstellung machen, wie das läuft. Das ist recht interessant. Also wir kriegen dann mit sehr kurzer Vorlaufzeit ein Schreiben, jetzt kommt Familie XY oder Einzelperson XY Diese Vorlaufzeit beträgt eine Woche Manchmal noch viel kürzer, manchmal heißt es übermorgen habt ihr folgende Personen Wir haben weder Auswahlmöglichkeiten nach Herkunftsländern, nach Altersstruktur, auch nach besonderen Fragen oder auch wenn man besondere Integrationslotsen hat, wo man sagen kann, wir können besonders gut folgende Menschen aufnehmen, integrieren. Also das gibt es leider nicht in dem Falle, weil die Zahl der Migration der Zustrom so hoch ist, dass alles durch ein hoch formalisiertes Verfahren läuft In Niedersachsen, wie gesagt, ist Braunschweig dafür zuständig und dann wird einfach mit kurzer Frist auf die Kommunen aufgeteilt. Das führt halt häufig dazu dass in vielen Kommunen die Aufnahmekapazitäten überfordert sind, dass sie ausgeschöpft sind Ganz drastische Beispiele sind, wenn dann Turnhallen beispielsweise akquiriert werden nach dem Motto, hier ist gerade ein Bus mit zwölf Menschen gekommen, wir haben keine Unterbringungsmöglichkeiten Beispielsweise wenn es plötzlich heißt, hier steht aber jemand, ist es Freitagnachmittag, ist es Wochenende. Diese Fälle haben wir in Wenigsen zum Glück noch nicht aber das sind einfach Themen, die derzeit uns auch im Städtetag bewegen, wie kann man dort eine Steuerungswirkung erreichen und wie kann man es sowohl für die Kommunen als auch für die Flüchtlinge optimieren. Aber da sieht man aus der Erfahrung anderer Kommunen, dass es natürlich zu Konflikten kommt. Das liegt zum einen daran, dass die Biografien der Menschen ganz unterschiedlich sind, dass wenn Menschen auf so engem Raum zusammenleben, es immer wieder zu Konflikten kommen kann, zwangsläufig und das ist natürlich auch bei so vielen unterschiedlichen Herkunftsländern bei so vielen unterschiedlichen Sitten, Gebräuchen sozialen Prägungen. Da gibt es immer mal wieder Konflikte. Es sind natürlich auch sehr hochformale Prozesse, die dort laufen, was die Unterbringung angeht, was die Fallpauschalen angeht, was die Kostenerstattung, was die Lebensunterhaltskosten angeht. Das sind Sachen, die gerade in einem hochbürokratischen Staat wie Deutschland, wo alles gesetzlich geregelt ist, natürlich festgesetzt sind. Für uns als Kommune bedeutet es zunächst, als der Flüchtlingsstrom stärker wurde, sind wir sehr stark in die Akquise von privatem Wohnraum gegangen, weil die Kommune selber nicht Wohnraum bevorratet. Also durch die Jahre, wo wir wenig Flüchtlinge oder auch wenig Unterbringung von Obdachlosen hatten, ist im Zuge der Haushaltskonsolidierung natürlich immer gesagt worden, wir müssen keine leerstehenden Wohnungen als Kommune bevorraten. Das heißt, solche Objekte sind dann an den freien Markt gegangen, veräußert worden. Nun ist der Trend in die andere Richtung, dass wir zum einen geschaut haben, wie können wir jetzt Wohnraum schaffen. Zwei ganz plastische Beispiele. In einer Ortschaft in der Wenigser Mark ist der Kinderspielkreis zu einem Kindergarten umgewandelt worden, in ein neues Gebäude gezogen worden. Das dortige ehemalige Dorfgemeinschaftshaus, was dann unter das Dach dieses neuen sogenannten Corvinus-Zentrums gezogen ist, dient heute dazu, also das alte Gebäude dient heute dazu, Flüchtlinge unterzubringen. Man hat es in kurzer Zeit eben von einer Kindertagesstätte umgewandelt, Nasszellen eingebaut, Küche eingebaut und hat dort jetzt eine Einrichtung für Flüchtlinge. Das gibt natürlich auch immer mal wieder Probleme bei der Unterkunft. Beispielsweise ist dort eine Feuerwehrsirene auf dem Haus. Ein Integrationslotser hat uns darauf hingewiesen und gesagt, es gibt hier durchaus Traumatisierte, die mit der Sirene ganz andere Erfahrungen verbinden als das Thema Brandschutz. Also wirklich die traumatisiert aus Herkunftsherkommen, wo man sagen muss, bitte dort die Sirene nicht. Das war ein Beispiel. Das andere Beispiel, die Volkshochschule, die war bei uns in einer ehemaligen Wohnung untergebracht, wo wir gesagt haben, wir brauchen diese Wohnung kurzfristig, wir müssen Ausweichangebote zur Verfügung stellen. Wir erleben im Kreise der Gemeinde, auch im Kreise der Nachbarkommunen eine große Hilfsbereitschaft gegenüber den Flüchtlingen. Und diejenigen, die sagen, wir wollen gerne auf einer etwas verstetigteren Basis helfen, wir wollen gerne wirklich organisiert in die Hilfeleistung hineingehen, die haben das Angebot, sogenannte Integrationslotsenkurse zu machen. Diese Kurse werden bei uns von der Volkshochschule durchgeführt. Die Volkshochschule ist ein Zweckverband der Kahlenberger Kommunen am Deister. Und das ist dann auch nicht Kommune für Kommune, sondern man versucht schon größere Einheiten zu bilden und entsprechend auszubilden für alle Kommunen das Thema Integrationslotsen. Integrationslotsen, das sind Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, ganz unterschiedlichen Alters, auch ganz unterschiedlicher Biografien. Ich habe beispielsweise Anfang des Jahres für wenigsten die ersten Zertifikate überreicht. Da gibt es auch immer Ausweiskarten dazu. Ehrenamt. Das sind Ehrenamtler und das sind dann Ausweise dazu, die einfach bei Behördengängen und so weiter ausweisen, dass jemand Integrationslotsen ist. Das geht von der Schülerin, Studentin bis hin zum Ruheständler, der mal im höheren Management eines Unternehmens war und sagte, ich habe jetzt Zeit, meinen Lebensabend sinnvoll zu verbringen. Ich möchte gerne mit Menschen arbeiten. Und so meldet man sich für den Kurs. Wir haben auch Mitbürger mit Migrationshintergrund dabei. Die sagen, wir wollen das, was wir in Deutschland erfahren haben an positiver Integration oder auch an nicht so positiver Integration. Wir wollen das gerne weitergeben. Wir wollen daran arbeiten. Also es ist nicht nur so, dass man sagt, das sind jetzt die alteingesessenen Wenixerinnen und Wenixer, die das machen. Das ist ein ganz bunt gemischter Strauß, der aber auch wiederum dazu führt, dass hier eine Menge an Problemlösungskompetenz zusammengestellt wird. Es ist so, dass wir in Wenixen ein sehr positives Aufnahmeklima erleben, dass wir eine hohe Bereitschaft haben von Menschen, die sagen, wir möchten gerne Integrationslotsen sein, aber auch von Menschen, die sagen, wir hätten beispielsweise Kleidung, Geschirr, Dinge abzugeben, die die Flüchtlinge gerne nutzen können. Von Menschen, die sagen, also wir geben gerne Leseunterricht, wir helfen den Kindern der Asylbewerber Fuß zu fassen. Das sind vielfach Sachen, dazu muss man gar nicht groß auffordern, sondern die Menschen kommen zu uns. Das Thema Flüchtlinge ist ja derzeit in der deutschen Gesellschaft eines der großen politischen Themen und wir haben eine wirkliche Hilfsbereitschaft und eine sehr positive Stimmung derzeit in der Aufnahme. Das merkt man. Auf der anderen Seite merken wir auch in Kommunen ringsherum und das Thema kommt jetzt auch auf uns zu mit der ersten größeren Aufnahmeeinrichtung. Dann gibt es natürlich Diskussionen, warum wird hier eine Massenunterkunft, sei es Container oder Umbau eines Hauses mit 60, 80, 100 Personen, warum kommt das ausgerechnet in meiner Nachbarschaft? Da gehen die meisten Kommunen so vor, dass man Anwohnerversammlungen macht, dass man sich mit den Anliegern trifft, die Situation verdeutlicht, auch sagt, das sind die rechtlichen Rahmenbedingungen des Ganzen, das ist die Notwendigkeit der Kommune, dass man Ansprechpartner zur Verfügung stellt und sagt, wenn es Problemfälle gibt, bitte dort melden. Also man muss dann jeweils mit ein bisschen Fingerspitzengefühl in den Einzelfällen schauen. Was bei uns bislang eben sehr positiv ist, ist, dass wir sehr viele kleine dezentrale Einheiten haben. Mal hier eine Wohnung, mal zum Beispiel dort ein ganzes Haus, was wir übernommen haben. Dann werden die Nachbarn entsprechend informiert, aber vielfach kommen die Nachbarn auch einfach und sagen, Mensch, wir haben jetzt hier Flüchtlinge in der Nachbarschaft. Wie können wir helfen? Und das geht, wie gesagt, vom Deutschkurs. Manche sagen auch einfach, kann ich Dinge vor die Tür stellen? Wo wir sagen, nein, das ist sehr nett, vielen Dank, aber so weit muss es dann nicht gehen, dass da plötzlich Sachen vor der Tür abgelegt werden. Im Rathaus, bei den Integrationshelfern, da läuft vor allen Dingen die positive Kommunikation auf, mit der Frage, wie können wir helfen? Leute, die Dampf ablassen wollen, Leute, die sagen wollen, es sind zu viele Flüchtlinge, ist die Leistungen, die hier gezahlt werden, sind zu hoch, die artikulieren sich nicht gegenüber dem Bürgermeister oder dann kommt vielleicht mal einer von 20 Briefen mit einem kritischen Ton. Das sind Diskussionen, die werden dann mit Sicherheit an den Stammtischen geführt, die werden sehr offensiv in sozialen Medien geführt, die werden insbesondere unter dem Schutz der Anonymität und des Synonyms in sozialen Medien geführt, die werden vor allem undifferenziert geführt, wo viele über einen Kamm geschoren werden. Da erlebe ich aber auch, wenn es zu solchen Diskussionen kommt, zum Beispiel auf Facebook, dass die Gesellschaft über sehr hohes Differenzierungspotenzial und gute Selbstheilungskräfte verfügt, diejenigen, die dann pauschal die Keule rausholen, die so ein bisschen mit braunem Schmutz werfen, die kriegen aus der Community sehr schnell Gegenwind. Musik 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 Musik